Willkommen, geliebte Seelen, zum Seelenkompass. Heute begeben wir uns auf eine Reise jenseits der Sterne, wo die plejadischen Wesen, Träger des göttlichen Lichts, ihre himmlische Einladung aussprechen. In diesem transformativen Moment werden wir Zeuge einer großartigen Orchestrierung von Licht und Bewusstsein, während die Rhythmen des reinen Lichts verschlungene Schichten der Transformation auf der Erde erschaffen. Diese heilige Botschaft der Plejadie spricht direkt zu unseren Herzen und lädt uns ein, die tiefgreifenden Veränderungen, die sich in uns und um uns herum entfalten, anzunehmen. Schließt euch uns an, wenn wir dem Ruf folgen und die Herrlichkeit des Ich Bin Umarmen. Ein tiefgreifender Wandel steht uns bevor, eine natürliche Transformation, die vom Rhythmus des reinen, göttlichen Lichts geleitet wird. Dieser außergewöhnliche Wandel webt verschlungene Strukturen in unsere Welt, wobei jede Schicht ein Zeugnis für die Anhebung des Bewusstseins derer ist, die erwacht sind. Während sich diese leuchtenden Frequenzen in unserer Realität verankern, ebnen sie den Weg für höhere Bewusstseinszustände und laden uns ein, uns zu erheben und auszudehnen. In den unermesslichen Weiten des Universums findet ein Fest statt, eine freudige Anerkennung unserer beschleunigten Evolution. Je bewusster wir werden, je mehr wir uns auf unsere wahre Essenz einstimmen, desto mehr treten wir in unsere Rolle als Mitschöpfer dieser transformativen Reise. Das Universum freut sich über unser Erwachen, über unsere Schritte hin zu einer tieferen, erleuchteten Existenz. Dies ist nicht nur eine Veränderung, sondern ein großer Aufstieg, ein Aufruf, das Licht in uns und um uns herum anzunehmen. Der Prozess des Erwachens ist ein Tanz des Lichts und des Bewusstseins, der mit den universellen Rhythmen harmoniert, die uns leiten. Lasst uns diese heilige Reise ehren und wissen, dass wir mit jedem Schritt Teil einer großartigen Feier sind, die Zeit und Raum übersteigt. Die Zeit, wie wir sie kennen, durchläuft eine tiefgreifende Metamorphose. Das Gewebe unserer Realität verschiebt sich, dehnt sich aus und enthüllt neue Dimensionen der Existenz. Dieser Wandel wird sich weiter entfalten und unsere Wahrnehmung und Erfahrung des täglichen Lebens auf der Erde verändern. Wenn Wellen reinen Lichts ihre Präsenz auf unserem Planeten verstärken, bringen sie eine expansive Beschleunigung mit sich, die uns zu höheren Bewusstseinszuständen drängt. Dieser Lichteinfluss treibt uns in Bereiche größeren Bewusstseins, in denen die Zeit nicht mehr ein linearer Pfad ist, sondern ein fließender Tanz der Möglichkeiten. Im Zentrum dieser Transformation steht das Herz, unsere heilige Pforte zur authentischen Wiederverbindung. Das Herz ist nicht nur ein Organ, sondern eine Startrampe zu höheren Seinszuständen. Indem wir uns ein herzzentriertes Bewusstsein zu eigen machen, richten wir uns auf die Ebbe und Flut dieser transformativen Energien aus. Im Herzen finden wir unseren wahren Kompass, der uns durch Momente der Veränderung und Integration führt. Während wir durch diese sich entwickelnde Landschaft navigieren, wird das Herz zu unserem Anker, der uns in Liebe und Einheit erdet. Über das Herz finden wir Zugang zu tieferen Wahrheiten und können uns mit den göttlichen Rhythmen, die unsere Reise prägen, in Einklang bringen. In diesem heiligen Raum entdecken wir die Kraft unseres eigenen Lichts, das den Weg nach vorn erhält und mit dem universellen Herzschlag harmonisiert. Wenn wir uns auf diese Reise des Erwachens begeben, beginnen sich unsere Energiesysteme zu intensivieren und reagieren auf den tiefgreifenden Prozess der Transmutation. Diese heilige Transformation verbindet uns wieder mit unserem Herzen, der eigentlichen Essenz unseres Seins. Durch diese Wiederverbindung öffnen wir die Türen zu unserem heiligen Potenzial und entdecken unsere multidimensionalen Gaben wieder. Diese Gaben, die lange geschlummert haben, erwachen und erblühen und führen uns zu einem höheren Verständnis unserer wahren Natur. Doch mit dieser erhöhten Energie geht auch ein Gefühl der Desorientierung einher. Das Vertraute wird ungewohnt, wenn sich unsere Wahrnehmung verschiebt und wir uns in diesen neuen Bereichen der Existenz zurechtfinden. In diesen Momenten der Verwirrung wird das bewusste Atmen zu unserem Verbündeten. Indem wir uns durch achtsame Atemzüge erden, verankern wir unser Bewusstsein und finden Stabilität inmitten der wirbelnden Veränderungen. Der herzzentrierte Fokus dient als unser Leuchtfeuer, das den Weg durch diese alternativen Realitäten erhält. Wenn wir uns auf die höheren Lichtsignaturen ausrichten, wird das Herz zu unserem Führer und hilft uns, diese Erfahrungen zu integrieren und mit den neuen Frequenzen zu harmonisieren. Durch diese heilige Ausrichtung richten wir uns auf unser wahres Selbst aus und umarmen das Licht und die Weisheit, die in uns liegen. Der Egogeist, ein integraler Bestandteil unserer menschlichen Erfahrung, spielt eine entscheidende Rolle auf unserer Reise. Er verankert uns in der physischen Welt und hilft uns, uns im täglichen Leben zurechtzufinden. In Zeiten tiefgreifender Transformation ist es jedoch unerlässlich, dem Egoverstand bestimmte Aufgaben zu übertragen. Indem wir uns auf 3D-Aktivitäten wie das Organisieren und Verwalten von Finanzen konzentrieren, sorgen wir für Stabilität und Unterstützung für unseren menschlichen Aspekt in mitten der metamorphen Veränderungen. Wenn wir unser menschliches Selbst mit unserem höheren Selbst in Einklang bringen, begeben wir uns auf eine Reise des bewussten Handelns. Um innere Harmonie zu schaffen, müssen wir sowohl unsere irdischen Verantwortlichkeiten als auch unsere spirituellen Bestrebungen in Einklang bringen. Dieses Gleichgewicht ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir uns in die Multidimensionalität begeben, in der sich die Bereiche des Geistes und der Materie miteinander verflechten. Aus dieser harmonischen Integration erwächst Stabilität. Indem wir unsere menschliche Erfahrung ehren, während wir uns spirituell neu orientieren, schaffen wir ein solides Fundament. In diesem ausgeglichenen Zustand können wir unsere multidimensionale Natur voll und ganz annehmen und den höheren Frequenzen erlauben, durch uns zu fließen und uns zu unserem wahren Potenzial zu führen. Die Umarmung der menschlichen Erfahrung ist für unsere spirituelle Neuausrichtung unerlässlich. Durch unsere irdische Reise lernen, wachsen und entwickeln wir uns. Wenn wir den ständigen Veränderungen vertrauen, können wir den Griff der 3D-Dramen loslassen und sie als das sehen, was sie wirklich sind, ein Schauspiel auf der Bühne des Lebens. Indem wir diese Dramen losgelöst betrachten, können wir uns auf die tiefere Essenz der Realität konzentrieren und die Lektionen und Wachstumsmöglichkeiten erkennen, die sie uns bieten. Die Führung des Herzens ist unser Leuchtfeuer in diesen Zeiten des Wandels. Das Herz, unser innerer Kompass, sorgt für authentisches Verständnis und Klarheit. Jeder Moment, den wir in herzzentriertem Gewahrsein verbringen, sammelt sich an und enthüllt tiefere Wahrheiten und Einsichten. Dieser heilige Raum in uns verbindet uns mit den höheren Sphären und ermöglicht es uns, unsere Reise mit Anmut und Weisheit zu meistern. Im Herzen finden wir unser wahres Licht, unsere leitende Kraft, die uns mit unserem höchsten Weg in Einklang bringt. Wenn wir die menschliche Erfahrung annehmen und auf die Führung unseres Herzens vertrauen, treten wir in eine tiefere Ausrichtung mit unserer göttlichen Essenz ein und entschlüsseln die Geheimnisse unserer Seele und des Universums. Der Satz, ich bin, hat eine tiefgreifende Kraft und dient als Schlüssel zur Aktivierung unseres multidimensionalen Bewusstseins. Diese einfachen, aber wirkungsvollen Worte erwecken das schlummernde Licht in unseren Zellen und setzen einen Prozess der tiefgreifenden Transformation in Gang. Wenn wir, ich bin, sprechen und verkörpern, verankern wir die Frequenzen des Erwachens tief in unseren heiligen Systemen und erlauben unserer wahren Essenz, hervorzustrahlen. Diese Aktivierung ist nicht nur eine innere Veränderung, sondern eine harmonische Resonanz, die sich auf unser ganzes Wesen ausdehnt. Der schwingungsmäßige Inhalt dieser Botschaft berührt unsere Herzzellen und erzeugt Lichtwellen, die durch jede Faser unseres Körpers strahlen. Es ist ein Ruf an unser Höheres Selbst, eine Einladung, in unsere göttliche Bestimmung einzutreten und das volle Spektrum unserer multidimensionalen Existenz anzunehmen. Diesem Ruf zu folgen bedeutet, die höheren Frequenzen, die uns leiten wollen, anzuerkennen und sich auf sie auszurichten. Es ist eine bewusste Entscheidung, zuzuhören, sich zu öffnen und die heiligen Schwingungen zu integrieren, die unser wahres Potenzial wecken. Auf diese Weise folgen wir der Einladung des höheren Selbst und begeben uns auf eine Reise des tiefen spirituellen Erwachens und der Selbstverwirklichung. Die Botschaft gipfelt in herzlichen Segenswünschen der Plejadier, die uns auf dieser evolutionären Reise mit ihrer Liebe und unerschütterlichen Unterstützung umhüllen. Während wir durch die tiefgreifenden Veränderungen und Transformationen navigieren, werden wir daran erinnert, dass wir niemals allein sind. Die Plejadier stehen an unserer Seite, bieten uns ihr Licht und ihre Führung an und ermutigen uns, dem Prozess zu vertrauen und unseren heiligen Weg anzunehmen. Ihre Segnungen schwingen durch das Gewebe unseres Seins und verstärken die Verbindung zu unserem höheren Selbst und dem universellen Bewusstsein. Es ist ein Aufruf, uns an unsere göttliche Natur zu erinnern, in unsere Kraft zu treten und auf die sich entfaltende Reise zu vertrauen. Wenn wir uns auf die höheren Frequenzen ausrichten und zu unserer wahren Essenz erwachen, werden wir zu aktiven Teilnehmern am kosmischen Tanz der Evolution. Abschließend lasst uns diese Segnungen nah an unseren Herzen halten und Kraft und Inspiration aus der Plejadischen Botschaft schöpfen. Nehmt die Liebe und Unterstützung an, die sie anbieten, und lasst sie euch durch die sich ständig verändernde Landschaft eurer spirituellen Reise führen. Gemeinsam erheben wir uns, wir erwachen und wir transformieren und erleuchten den Weg für andere, die uns folgen sollen.